Musik Ja, du hast ja richtig gelesen. Ich bin schwanger! Gsi. Und zwar gestern vor 24 Jahren. Und heute haben wir Geburtstag gefeiert mit der Jasmin. An dieser Stelle, Jasmin, alles, alles Liebe und Gute, dass all deine Träume und Wünsche wahr werden. Und du immer behütet bist auf all deinen Wegen, und mit seiner Liebe umhüllt. Gott segne dich. Das widme ich dir. Das sind 77 Segenskarten, die heute das Licht der Welt erblickt haben. Sozusagen. Musik 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 Und es gibt noch eine weitere Neuigkeit am heutigen Tag. Und zwar am 8. Dezember 2017 ist ja bekanntlich der Liebesbrief von Gotta Dich auf Deutsch rausgekommen. Und jetzt haben wir ihn auf Englisch. So sind wir vielen Wünsche nachgekommen. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für all eure Anregungen rund ums Projekt God loves you. Am besten gerade einklicken. Ja, und zum Abschluss würde ich Dir sehr, sehr gerne noch ein Gebet schenken. Ja, Vater im Himmel, ich danke Dir für jede Person, die jetzt das Video anschaut. Du hast sie nämlich einzigartig und wunderbar gemacht. Du kennst jeden Gedanken. Du weisst, was sie jetzt brauchen. Und ich bitte Dich jetzt, Du Du ihnen begegnen. Schenke ihnen neue Lebensfreude. Hoffnung, Zuversicht. Umhülle Du sie mit Deiner Liebe. Und an einem Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Ja, für Dich ist nichts unmöglich. Du bist der Kapitän, der jeden von uns sicher in den Hafen führen kann. In diesem Sinn. Gott segne Dich. Er hat Dich so fest lieb. Und er wartet nur noch, bis Du bei ihm an die Tür klopfst. Dann kannst Du übrigens 24 Stunden am Tag machen.